Hallo zusammen! Mir ist irgendwann im letzten Jahr aufgefallen, dass es unheimlich viele Isekai gibt, die irgendwann anfangen zusammen zu bluten. Und ich habe mich darüber auch exzessiv ausgekotzt. Aber ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht lustig, wenn ich eins von diesen X-Dingern-in-Y-Minuten-Videos zu Isekai mache. Aber ich habe irgendwann zwischendrin die Motivation verloren. Aber weil ich versuche, meine halbfertigen Projekte zu beenden, habe ich das hier jetzt mal zusammengeschraubt und ja. Das hier sind 50 Isekai in ungefähr 3 Minuten. Viel Spaß dabei. Isekai, aber der MC ist wieder in der normalen Welt und immer noch vollkommen OP. Isekai, aber der MC ist shit und seine Mom ist eine Milf. Isekai, aber edgy. Isekai, aber edgy. Plus Zeitreisenmechaniken. Isekai, aber der MC ist ein Monster. Und böse. Isekai, aber komplette Kacke. Wortwörtlich. Isekai, aber nur ab und zu. Isekai, aber fokussiert auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme. Isekai, aber lächerlich schlecht. Isekai, aber lächerlich schlecht und dieses Mal sogar absichtlich. Isekai, aber 120% fucking EHHHHH. Isekai, aber es ist jeder Isekai ever. Der ist super generisch, meine Fresse, was ist hier los? Isekai, aber niemand mag den MC. Isekai, aber der MC verkauft shit von Amazon. Isekai, aber der MC hat Hörner? Ja, der ist wieder mega generisch. Isekai, aber der MC schreibt es mit Nutten. Isekai, aber der MC ist eine Nutte. Isekai, aber der MC ist ein Farmer. Und nochmal. Oh Gott, es gibt drei davon? Isekai, aber bevor es cool war. Isekai, aber der Isekai kommt zu uns. Und ist FICK. Isekai, aber Gender Rolls statt Fantasy. Isekai, aber HUH HUH HUH. Isekai, aber der MC ist ein Zauberstab. Isekai, aber der MC ist ein Schwert. Isekai, aber der MC ist ein Pro Gamer. Isekai, aber der MC hat einen richtigen Job. Isekai, aber der MC ist zwei Typen. Isekai, aber es ist eine Rom-Com. Isekai, aber es ist ein Hentai. Isekai, aber der MC sieht kleine Leute. Isekai, aber der MC ist Lowly Hitler. Isekai, aber mit Pokimans. Isekai, aber mit billigen Pokimans. Isekai, aber der Isekai ist eigentlich vollkommen egal. Isekai, aber der MC war ein kompletter Versager und ist jetzt ein kleines Arschloch. Isekai, aber der MC war alt und ist jetzt wieder jung. Isekai, aber mogeln ist ein offizieller Skill. Isekai, aber der MC kommt aus einer Sci-Fi Welt. Isekai, aber der MC hat keinen Bock. Isekai, aber es ist ein Schlafmittel. Isekai, aber der MC benutzt Schleim zum Mogeln. Isekai, aber es ist die generischste Fantasy-Welt ever. Isekai, aber... Warte, hatten wir das nicht schon? Sowas hatten wir auch schon. Das ist doch der Amazon-Typ. Isekai, aber fuck you.